Guten Abend, liebe Freunde. Willkommen beim Grundkurs Glaube und Wissenschaft. Es ist unser sechster Abend und der zweite über die Theorien der Ursprünge. Die Theistische Evolution Das ist mein ursprünglicher Titel für dieses Thema. Während der Vorberatung ist mir aber klar geworden, dass die Bezeichnung zwischen Theorien besser gewesen wäre, weil der Ausdruck Theistische Evolution mehrere Bedeutungen hat und einige Autoren, über die wir heute sprechen werden, nicht mit dieser Zuordnung einverstanden wären. Um also niemanden zu beleidigen, werde ich nun verschiedene Klassifizierungen der Ursprungstheorien erklären. Dann konzentriere ich mich auf die Zwischentheorien und erkläre, warum ich sie unter dem Tag der Theistischen Evolution in einen Topf geworfen habe. Danach überprüfen wir einige der Probleme, sowohl theologische als auch wissenschaftliche, die diese Zwischenpositionen haben. In der Debatte über die Ursprünge neigt man oft dazu, zu vereinfachen und nur zwei Optionen in Betracht zu ziehen, Evolution oder Schöpfung. Normalerweise bezieht sich der Begriff Evolution auf die Theorie der Bildung neuer Arten und Typen von Lebewesen aus einem gemeinsamen Vorfahren. In diesem Zusammenhang wird dem Begriff jedoch oft eine breitere Bedeutung gegeben, die die Entstehung von allem durch natürliche Prozesse ohne jegliche Ziele einschließt. Eingeschlossen wäre die Entstehung des Universums durch den Urknall und die Entstehung des Lebens aus Trägermaterie, was als chemische Evolution bezeichnet wird. Obwohl es Nuancen geben mag, ist mit Schöpfung die wörtliche Auslegung der ersten Kapitel der Bibel gemeint. Die Theorie, das Gotthimmel und Erde, das Universum und das Leben auf der Erde erschaffen hat und zwar so, wie im Bericht beschrieben, in sechs Tagen und dann einem Ruhetag. Nach und nach schuf er die verschiedenen Elemente separat, einschließlich der Pflanzen, verschiedene Arten von Tieren und den Menschen. Die erste Position, Evolution, wird gewöhnlich mit einer atheistischen oder agnostischen Philosophie in Verbindung gebracht. Diesweite, die Schöpfung, mit einer christlichen, konservativen Überzeugung. Dies sind jedoch nicht die einzigen Möglichkeiten. Es gibt offensichtliche mittlere Optionen, die oft als theistische Evolution bezeichnet wird. Grob gesagt, erklärt sie, dass Gott die Evolution benutzt hat, um zu erschaffen. Aber wie bereits gesagt, ist diese Zwischenoption nicht die einzige. Es gibt in Wirklichkeit eine Abstufung verschiedener Optionen, von der Evolution sehr nahe bis in die Nähe der Schöpfung. Es gibt keine einheitliche Klassifizierung der verschiedenen Zwischentheorien und auch keine klare Definition der theistischen Evolution. Der Großteil des heutigen Themas stammt aus zwei Büchern. Mapping, The Origins Debate von Gerald Rau und dann Theistic Evolution, ein Buch von mehreren Autoren, herausgegeben von Intelligent Design-Befürwortern wie Stephen Mayer und Anne Gauga. Das Buch von Gerald Rau ist kurz und leicht lesbar. Es enthält eine Zusammenfassung der verschiedenen Ursprungstheorien. Der Autor bemüht sich sehr um Objektivität. Er erörtert, wie die wissenschaftlichen Beweise von jeder der Theorien interpretiert werden und erklärt deren jeweiligen Schwächen und Stärken. Obwohl es unmöglich ist, ganz objektiv zu sein und es Absätze gibt, in denen man die präferierte Position des Autors erahnen kann, halte ich es für ein gutes Buch, um eine allgemeine Vorstellung von der aktuellen Szene zu bekommen. Gerald Rau teilt die aktuellen Ursprungstheorien in sechs Kategorien ein. Naturalistische Evolution, nicht zielgerichtete Evolution, planmäßige Evolution, gelenkte Evolution, Kreationismus mit einem alten Planeten Erde und Kreationismus mit einem jungen Planeten Erde. Die Kategorien 1 und 6 werden die traditionelle Evolution beziehungsweise Schöpfung und der Rest werden die Zwischentheorien, die oft in den Rahmen der theistischen Evolution einbezogen werden. Allerdings gibt es, wie ich schon sagte, Menschen, die die Kategorien 4 und 5 unterstützen, sich aber nicht als theistische Evolutionisten betrachten. Gehen wir auf jede Kategorie ein. Die erste Kategorie entspricht der reinen Evolution, die vom Naturalismus beherrscht wird. Die Möglichkeit eines übernatürlichen Eingriffs wird nicht zugelassen, sodass der Ursprung von allem nur durch natürliche Prozesse erklärt werden muss. Die zweite lässt die Möglichkeit eines übernatürlichen göttlichen Eingriffs bei der Entstehung des Universums zu, leugnet aber jeden späteren Eingriff. Eine Art Kraft oder Gottheit setzte den Prozess in Gang, ohne ein bestimmtes Ziel zu haben. Daher nicht teleologische, telos heißt Ziel, und ohne eine spätere Beteiligung. Nach dieser Theorie ist die Evolution, die unsere Welt und den Menschen hervorgebracht hat, nur eine Möglichkeit unter vielen. Es hätte eine andere Art von Leben entstehen können. Unser Planet könnte heute von superintelligenten Echsen beherrscht werden oder nur von Bakterien bevölkert sein. Die dritte Kategorie, die planmäßige oder geplante Evolution, ähnelt der zweiten, weil sie ein göttliches Eingreifen nur bei der Entstehung des Universums zulässt. Aber in diesem Fall hätte Gott einen Plan. Deshalb heißt sie planmäßige oder geplante Evolution. Danach hätte Gott in die ursprüngliche Materie des Universums die notwendigen Eigenschaften hineingelegt, damit sich alles nach seinem Plan entwickelt, Leben entsteht und sich weiterentwickelt, bis ein Wesen mit Bewusstsein entsteht, das fähig ist, mit ihm in Beziehung zu treten. Wichtig hierbei ist, von der Erschaffung des Universums bis zum Erwert höherer Fähigkeiten durch den Menschen greift Gott nicht mehr ein. Alles entwickelt sich durch ausschließlich natürliche Prozesse. Aus wissenschaftlicher Sicht sind die Kategorien des Zwei und Drei praktisch identisch mit der Ersten, da sie mit Ausnahme des ersten Augenblicks, den Naturalismus und konventionelle wissenschaftliche Erklärungen für den Ursprung des Universums, der Erde, des Lebens und der Menschen akzeptieren. In allen drei Fällen gibt es kein göttliches Eingreifen. In diese Prozesse oder wenn es eines gäbe, wäre es nicht nachweisbar. Die vierte Kategorie ist anders. Auch bei dieser Option gibt es eine Evolution, aber Gott greift während des gesamten Prozesses ein und seine Eingriffe sind wissenschaftlich erkennbar. Diese Eingriffe würden zum Beispiel darin bestehen, höchst unwahrscheinliche Ereignisse zu ermöglichen. Wir sagten letzte Woche, dass die überwiegende Mehrheit der Mutationen schädlich ist. Aber Gott wäre in der Lage, die DNA einiger Organismen im Laufe der Geschichte zu manipulieren, um die Mutationen herbeizuführen, die zur Erschaffung des Menschen notwendig wären. Die Vertreter dieser vierten Option neigen dazu, den biblischen Bericht im ersten Buch Mose in metaphorischen Sinn zu akzeptieren. Gott sei der Schöpfer und Erhalter, alles entfaltet sich nach seinem Plan, aber die dort geschilderten Ereignisse entsprechen nicht der Wirklichkeit. Die fünfte Option ist eindeutig näher an der Schöpfung als an der Evolution und beginnt daher mit dem Wort Kreationismus. Hier wird davon ausgegangen, dass der biblische Bericht im ersten Buch Mose sich auf Ereignisse bezieht, die tatsächlich stattgefunden haben. Gott habe das Licht, die Atmosphäre, das trockene Land, verschiedene Arten von Tiden und so weiter geschaffen, aber die Schöpfungstage seien nicht als buchstäbliche Tage zu verstehen, sondern als viel längere Zeiträume. Damit ist es möglich, das Alter des Universums, des Sonnensystems und des Lebens auf der Erde mit den herkömmlichen wissenschaftlichen Schätzungen in Einklang zu bringen. Die sechste Option schließlich ist die traditionelle kreationistische Position. Der Schöpfungsbericht wird historisch verstanden und die Schöpfungswoche wird als eine tatsächlich sieben Tage a 24 Stunden Woche betrachtet, die vor etwa 6000 Jahren stattfand. Viele Verteidiger dieser Position glauben, dass die Erde und das gesamte Universum ebenfalls vor 6000 Jahren erschaffen wurden, weshalb sie als Kreationismus mit einem jungen Planeten Erde bezeichnet wird. Es gibt noch eine Möglichkeit, die Gerald Rau nicht in seine Klassifizierung aufnimmt, nämlich an eine wörtliche, junge Schöpfungswoche zu glauben, aber an einem älteren Planeten Erde und ein älteres Universum. Wir werden in zwei Wochen darüber sprechen, wenn wir den biblischen Kreationismus aus der Sicht der siebenten Tags Adventisten behandeln. Jede dieser Kategorien kann in Unterkategorien mit leicht unterschiedlichen Optionen oder sogar erheblichen Unterschieden unterteilt werden. Einige der Autoren, die Rau derselben Kategorie zuordnet, kritisieren sich sogar gegenseitig scharf. sehen wir uns einige Beispiele für diese Unterkategorien und ihre Befürworter an. Zur ersten Kategorie der naturalistischen Evolution gehören atheistische Wissenschaftler wie Richard Dawkins und Agnostiker wie Stephen J. Gould, der das Konzept, der sich nicht überlappenden Leer Kategorien und der Sprung Kategorien lieferte. Viele sind verfechter des Neodarwinismus, aber andere wie James Schäffiro stellen die traditionellen Mechanismen der Evolution, Mutation und natürliche Selektion infrage und suchen nach neuen natürlichen Mechanismen. In der Kategorie der nicht zielgerichteten Evolution finden wir Wissenschaftler aus parenteistischen Religionen, in denen Gott und die Natur ein und dasselbe sind und einige bekannte zeitgenössische Wissenschaftler wie der Biochemiker und Nobelpreistäger Christian de Duve und der Physiker und Theologe Jan Barbour. Die Kategorie der planmäßigen oder geplanten Evolution ist interessant, weil einige ihrer Verfechter sehr bekannt sind. Wir sprachen vor zwei Wochen über Francis Collins. Er und seine Kollegen von der Bio Logos Foundation verteidigen diese Theorie. Ihnen zufolge hat Gott die Macht in die Natur einzugreifen, es war aber nicht nötig. weil er die Materie des Universums von Anfang an mit der Fähigkeit ausgestattet hat, sich nach seinem Plan zu entwickeln. Und es war so perfekt, dass er nichts weiter tun musste. In Bezug auf den biblischen Perich im ersten Buch Mose sind sie der Meinung, dass er faktisch keinen Wert hat, dass er nur den Prozess der planmäßigen Evolution darstellt, in dem der Planet zuerst erschaffen wird, in den ersten drei Tagen und dann mit Leben gefüllt, die nächsten drei. Und dass Adam und Eva nicht existierten, sondern lediglich ein Symbol der Menschheit sind. Einige Aussagen von Francis Collins sind etwas verwirrend, weil er zum Beispiel sagt, Gott könnte vielleicht in dem Prozess der Mutation und der natürlichen Selektion, der den Menschen hervorbrachte, eingegriffen haben, aber dann hätte er es auf eine nicht nachweisbare Weise getan. Zur vierten Kategorie der gelenkten Evolution gehören bekannte Wissenschaftler Henry Schäffer und Michael Behe. Henry Schäffer ist ein berühmter theoretischer Chemiker und hat weltweit mehrere bedeutende Auszeichnungen erhalten. Er gehört einer protestantischen christlichen Konfession an, hat über 500 Vorträge für Universitätspublikum gehalten und dabei für die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Religion geworben. Michael Behe ist Biochemiker und Autor des bekannten Buches Derwins Blackbox und anderer Bücher. Er ist berühmt als einer der Haupt Befürworter des Intelligent Design. Beide, Henry Schäffer und Michael Behe verteidigen die Vorstellung, dass Gott die Evolution Schritt für Schritt gelenkt hat, aber sie argumentieren unterschiedlich. Henry Schäffer versucht, konservativere Christen davon zu überzeugen, dass Evolution vereinbar mit der biblischen Lehre ist. Michael Behe versucht, Evolutionisten davon zu überzeugen, dass Evolution durch natürliche Mechanismen, Mutation und natürliche Selektion unmöglich ist, wenn Gott nicht aktiv in den Prozess eingreift. Michael Behe und andere Verfechter des Intelligent Design stehen der atheistischen Evolution sehr kritisch gegenüber. In der Tat ist ihr Buch mit über tausend Seiten eine umfassende Kritik der atheistischen Evolution. Allerdings ist ihre Definition der atheistischen Evolution ziemlich restriktiv, so dass sie die vierte Kategorie nicht einschließt. Sie besagt, Gott hat die Materie erschaffen und danach nicht gelenkt, eingegriffen oder direkt gehandelt, um irgendeine empirisch nachweisbare Veränderung im natürlichen Verhalten der Materie zu bewirken, bis sich alle Lebewesen durch rein natürliche Prozesse entwickelt haben. Diese Definition der atheistischen Evolution umfasst die Kategorien zwei und drei und wir logischerweise von Intelligent Design abgelehnt. Dessen Hauptprämisse ist, die Welt und die Lebewesen zeigen klare Beweise dafür, dass sie entworfen wurden. Allerdings fallen nicht alle Autoren, die mit Intelligent Design in Verbindung gebracht werden, mit Bihi in Kategorie 4. Einige von ihnen gehören zur fünften, andere zur sechsten Kategorie. Den Grund dafür und weitere Details werden wir nächste Woche sehen, wenn wir uns dem Intelligent Design widmen. Wir kommen nun zu den Kategorien 5 und 6, die unter dem Kreationismus einzuordnen sind. Die fünfte Kategorie Kreationismus mit einem alten Planeten Erde hat mehrere Unterkategorien. Nach der sogenannten Lücken Theorie gab es eine erste uralte Schöpfung, die von Satan korrumpiert und schließlich zerstört wurde und die Erde in Urordnung und Leer zurückließ. Der Bericht in 1. Mose wurde eine zweite Schöpfung beschreiben. Die Fossilien wären Überbleibsel der ersten. Nach einem anderen Modell wäre jeder Schöpfungstag ein geologisches Zeitalter, das tausend oder Millionen von Jahren dauerte. Ein anderes Modell von John Lennox vorgeschlagen besagt, dass die Schöpfungstage buchstäblich aber nicht aufeinander folgend sind. Tage, an denen Gott bestimmte Schöpfungsakte vollzog, getrennt durch sehr lange Zeiten, in denen Gott lediglich das, was bereits geschaffen war, aufrecht erhielt. Einige kreationistische Forschungs- und Promotionszentren wie Reasons to Believe fallen in diese Kategorie. Auf ihrer Webseite wird behauptet, dass sie die Integration von Glauben und Wissenschaft verfolgen. Als erstes behaupten sie, dass die Bibel, einschließlich 1. Mose 1-11, das irrtumsfreie Wort Gottes ist. Sogleich behaupten sie aber, dass der Schöpfungsbericht nur eine Basis- Chronologie darstelle, eine Reihenfolge der Ereignisse. In dieser Kategorie finden wir auch Intelligent Design Befürworter wie Stephen Meyer und andere. Schließlich kommen wir zur sechsten Kategorie, dem Kreationismus mit einem jungen Planeten Erde. Sie ist charakteristisch für kreationistische Forschungsinstitute wie das Institute for Creation Research, Creation Ministries International und Answers in Genesis. Hier finden wir auch einen Intelligent Design Befürworter wie Paul Nelson und uns bereits bekannte Wissenschaftler wie John Sanford. Und dies ist auch die Kategorie, in die wir adventistische Wissenschaftler des GRI am besten passen, obwohl es einige Nuancen gibt, über die wir in ein paar Wochen sprechen werden. Nachdem wir die verschiedenen Theorien durchgesehen haben, widmen wir uns nun den Problemen, die mit den Zwischenkategorien 2 bis 5 verbunden sind. Obwohl sie recht unterschiedlich sind, haben sie einige grundlegende Probleme gemeinsam. Allen, die tiefer in dieses Thema einsteigen wollen, empfehle ich das bereits erwähnte Buch Theistic Evolution. Es analysiert sehr detailliert die wissenschaftlichen, religiösen und philosophischen Probleme der Kategorien 2 und 3, aber viele davon lassen sich auch auf die vierte und sogar auf die fünfte Kategorie anwenden. Außerdem enthält der Abschnitt über die wissenschaftlichen Probleme eine sehr fundierte Kritik der Evolutionstheorie mit Argumenten aus der Biologie. Dieser Text dient daher auch als ergänzende Literatur Lektüre für unser nächstes Modul. Es ist ein sehr dickes Buch, aber da die Kapitel von verschiedenen Autoren geschrieben wurden und praktisch unabhängig voneinander sind, könnt ihr mit dem Lesen der Kapitel beginnen, die euch am meisten interessieren. Was sind einige der biblisch-theologischen Probleme der Zwischentheorien? Das Erste ist, dass alle Zwischentheorien die Autorität und Klappwürdigkeit der Bibel untergraben, weil sie davon ausgehen, dass die ersten Kapitel in Estermose nicht berichten, was wirklich passiert ist. Die meisten Experten für den biblischen Text aber betrachten das erste Buch Mose einschließlich der ersten Kapitel als eine historische Erzählung. Dem Text zufolge sind Adam und Eva historische Personen, die durch ihren Stammbaum mit anderen historischen Figuren wie Abraham, David oder Jesus selbst verbunden sind. In mehreren Büchern, sowohl des Alten als auch des Neuen Testaments, werden die Erschaffung und die Historizität von Adam und Eva erwähnt. Als Jesus über die Ehe sprach, sagte er zu den religiösen Führern, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und diesweil werden ein Fleisch sein? Mit diesem Satz bekräftigt Jesus, dass die Erschaffung des Menschen genauso stattgefunden hat, wie es im 1. Mose berichtet wird. In 1. Korinther 15 baut Paulus eine gesamte Argumentation über Jesus auf, indem er ihn mit Adam vergleicht, was deutlich zeigt, dass er Adam als Form aus dem Staub der Erde geschaffen wurde, der später sündigte und sich von Gott trennte. Die Sünde drehte, dehnte sich auf die gesamte Menschheit aus, weil Adam der Vater der gesamten Menschheit ist. Nach den Zwischentheorien ist das alles nicht passiert. Und wie wirkt sich das auf den Rest der Argumentation aus und wie auf Jesus? Damit kommen wir zum zweiten großen Problem. Zwischentheorien widersprechen vielen grundlegenden christlichen Lehren. Das Christentum gründet sich auf der Prämisse eines allmächtigen Gottes, der die Menschen als Beziehungswesen erschafft und sie in eine perfekte Welt ohne Schmerz, Leid und Tod stellt. Als Folge des Ungehorsams verunreinigt und vertilbt die Sünde die Welt. Aber Gott setzt einen Plan zur Rettung und Wiederherstellung seiner Kinder in Gang, der in einer erneuerten Erde gipfelt, auf der es wieder keine Sünde, kein Leid, keinen Schmerz und keinen Tod mehr gibt. Nach den Zwischentheorien hat eine perfekte Welt ohne Leid und Tod am Anfang nie existiert. Kategorien, die behaupten, dass Gott die Evolution benutzt hat, um zu erschaffen, machen machen auch noch Gott direkt verantwortlich für all das Leid, das durch die natürliche Selektion, durch die Beseitigung weniger geeigneter Organismen verursacht wird. Befürworter der fünften Kategorie behaupten, dass Gott die Menschheit am Ende einer langen Zeitspanne erschaffen hat und dass der Mensch ewig hätte leben können, wenn er nicht gesund dich hätte, aber sie akzeptieren, dass Gottes ursprünglicher Plan den Tod von Millionen von Tieren über Millionen von Jahren beinhalte. Dieses Problem ist wirklich ernst, weil sogar das Konzept Sünde völlig verwischt wird. Wenn es Adam und Eva nicht gab, wenn der Mensch evolutionär von Tieren abstammt und immer in einem Kontext des Überlebenskampfes gelebt hat, was ist dann Sünde? Einige Konfessionen lehren, dass Gott, als die ersten Hominiden, Menschenaffen, ein ausreichend komplexes Gehirn entwickelten, die Seele hinzufügte und sie danach moralisch verantwortlich für ihre Handlungen machte. Aber es macht immer noch keinen Sinn, denn dieser frühe Homo Divinus, wie manche ihn nennen, hätte niemals die Perfektion gekannt. die Welt um ihn herum wäre voller Schmerz, Krankheit und Tod gewesen, so wie es heute der Fall ist. Wenn die Welt nie perfekt war, wenn die Sünde nicht so in die Welt kam, wie die Bibel es berichtet, wenn der Tod nicht die Folge der Sünde ist und auch nicht der letzte Feind, der besiegt werden soll, dann verliert der Plan der Erlösung seinen Sinn. Wozu brauchen wir einen Erlöser? Was können wir von der neuen Erde erwarten? Werden die Tiere sterben? Werden wir uns weiter entwickeln? Es gibt noch eine weitere Lehre, die für die siebenten denken, dass Adventisten grundlegend ist und die von jeder, der zwischen Theorien bedroht wird. Der Sabbat. Der Sabbat ist die Feier der Schöpfung, einer Schöpfung in sechs buchstäblichen aufeinanderfolgenden Tagen. In 2. Moses 20, Vers 11 und 31, 17 fordert Gott uns auf, den Sabbat zu halten, weil er in sechs Tagen den Himmel und die Erde gemacht hat. Und das gilt nicht für den Sabbat. Nicht nur für den Sabbat. Eine kleine Animation zeigt, wie die wichtigsten Lehren des Adventismus durch die Schöpfung gestützt werden und was mit ihnen geschieht, wenn wir das Fundament entfernen. Es gibt weitere teologische Probleme die mit den Zwischentheorien verbunden sind. In dem Dokument mit zusätzlichen Ressourcen finden alle, die dieses Thema vertiefen wollen, eine Literaturliste. Aber ich möchte darauf hinweisen, die theistische Evolution verzerrt das Bild Gottes ernsthaft. Die Bibel erzählt uns von einem allmächtigen Gott, der aus Liebe eine perfekte Welt erschafft und der für das Böse nicht verantwortlich ist, außer dass er den freien Willen seiner Geschöpfe respektiert. Aber die Zwischentheorien sprechen von einem Gott, der mit Hilfe von Leid und Tod schafft. Vielleicht er es nicht anders weiß oder kann. Vielleicht weil es ihm egal ist. Es wäre auch ein sehr inkonsequenter Gott, denn nachdem er den Egoismus und den Kampf ums Überleben über Millionen von Jahren benutzt hat, um seine Lieblings Geschöpfe zu erschaffen, wenn er sie schon hat, geht er hin und sagt ihnen, dass es eine Sünde ist, egoistisch zu sein und anderen zu schaden und dass wir den Schwachen helfen, unsere Feinde lieben und die andere Wange hinhalten sollen. Es ist erstaunlich, dass eine Theorie, die theologisch so problematisch ist, bei religiösen Menschen so erfolgreich sein soll. Es gibt ja mehrere Konfessionen, die sich von ihren traditionellen Lehren abgewandt haben und auf den Zug der atheistischen Revolution aufgesprungen sind. Entweder sehen sie diese gravidenden Schwierigkeiten nicht oder sie wollen sie nicht sehen. Warum geschieht das? Ich habe keine eindeutige Antwort, aber ein paar Überlegungen dazu. Zunächst einmal mag eine Zwischenlösung ausgewogener erscheinen. Man hat uns oft gesagt, dass Extreme schlecht sind und dass man Meinungsverschiedenheiten am besten dadurch löst, dass jede Seite ein wenig nachgibt. Niemand mag es als extrem mitbezeichnet zu werden. Einst wohlwollende Begriffe wie Fundamentalist oder Konservativ sind heute abwertend geworden. Und so haben wir, und so haben beim Versuch eines versöhnenden Kompromisses Menschen und ganze Konfessionen nachgegeben, um nicht als Extremisten zu gelten. Darüber hinaus wird in unserer Gesellschaft wissenschaftliches Wissen höher als andere Wissensquellen gewertet. Menschen, deren Ansichten der aktuellen wissenschaftlichen Sichtweise widersprechen, werden als antivissenschaftlich, irrational oder sogar ungebildet gebrannt markt. Das gefällt niemandem. Und dann gibt es auch die evangelistische Motivation. Ich habe Pastoren aus verschiedenen christlichen Konfessionen sagen hören, dass die Beibehaltung einer traditionellen kreationistischen Haltung die Kirche daran hindere, gebildete oder intellektuell hochstehende Menschen zu erreichen. Daher sei es empfehlenswert, die Haltung zu diesem Thema aufzuweichen, um mehr Menschen die Botschaft Jesu zu vermitteln, was ja das wirklich Wichtige ist. Mich erinnert diese Art der Argumentation an das Gespräch der Schlange mit Eva im Paradies. Eine von Satans Lieblingstechniken ist seit Beginn der Zeit, die Wahrheit mit Lügen zu vermischen und uns dabei einzureden, dass der Zweck die Mittel heiligt. Deshalb ist mir dieses Thema so wichtig. Für einen jungen Menschen, der kirchlich beheimatet ist, Jesus seit seiner Kindheit kennt, die Bibel liest und betet, ist es eher unwahrscheinlich, dass er sich plötzlich entscheidet, nicht mehr an Gott zu glauben und Atheist und Evolutionist zu werden. Wenn jedoch derselbe junge Mensch es auf dem Gymnasium oder auf der Hochschule mit Lehrern oder Gleichaltrigen zu tun hat, die seine altmodischen Glaubensüberzeugungen infrage stellen, wird der Versuch sein, sich für die mittlere Option das heißt für die theistische Evolution zu entscheiden. Dann kann er weiterhin an Gott glauben und auch an die wissenschaftlichen Theorien. Damit hört er auf, der Außenseiter zu sein, muss nicht mehr argumentieren und steht nicht mehr in der Defensive. Ich urteile nicht über ihn, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, an einer öffentlichen Universität zu studieren und in einem Biologiestudium zu sein. Das Problem ist, dass dieser einfache Ausweg all das mit sich bringt, was wir bereits erwähnt haben, ein verzerrtes Bild von Gott, das Infragestellende Autorität und Glaubwürdigkeit der Bibel, die Fragestellung, ob alle Lehre gleich wichtig oder ob einige entperrlich sind, der Gedanke, dass vielleicht andere Teile der Bibel, die nicht wissenschaftlich erklärt werden können, auch allegorisch sind, wie die Wunder, die Geburt Jesu von einer Jungfrau oder die Auferstehungen. Ich möchte mit dem abschließen, was man die wissenschaftlichen Probleme der Zwischentheorie nennen kann. Wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich einige Kapitel des Buches Theistic Evolution zu diesem Thema. Es lässt sich aber auch sehr kurz zusammenfassen. Die Argumentationslinien theistisch-evolutionistischer Autoren sind meist ähnlich, unabhängig von der Kategorie. Sie basieren in der Regel auf diese Prämisse. Die aktuelle Wissenschaft hat bewiesen, dass die biologische Evolution aus einem gemeinsamen Vorhaben eine Tatsache ist. Und von hier aus ergibt sich die folgende logische Reihenfolge. Christen glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist und die Wahrheit lehrt. Der biblische Bericht über die Ursprünge scheint den wissenschaftlichen Behauptungen zu widersprechen. Wenn die Evolution eine Tatsache ist und die Bibel die Wahrheit sagt, müssen wir die Bibel falsch interpretiert haben. Deshalb müssen wir die Bibel so uminterpretieren, dass sie mit der aktuellen Wissenschaft übereinstimmt. Die gute Nachricht ist, dass all dies nicht notwendig ist, weil die Ausgangspremisse falsch ist. Wir haben es letzte Woche kurz betrachtet und werden es in den letzten beiden Modulen noch vertiefen. Die aktuelle Wissenschaft hat nicht bewiesen, dass die biologische Evolution aus einem gemeinsamen Vorfahren eine Tatsache ist. Es handelt sich um ein Paradigma der aktuellen Wissenschaft, das ohne viel Hinterfragen akzeptiert wird, weil es dazu keine Alternative im Rahmen des Naturalismus ist. Aber es gibt eine Menge wissenschaftlicher Beweise aus der Biologie, die die Evolutionstheorie infrage stellen, die sogar von Evolutionswissenschaftlern anerkannt werden. Und es gibt eine Menge geologischer und paleontologischer Beweise, die mit dem übereinstimmen, was die Bibel über die Schöpfung und die Sintflut erzählt. Achtung! Ich sage nicht, dass alle wissenschaftlichen Nachweise für die biblische Schöpfung sprechen. Auch nicht, dass die Evolution eine absurde Theorie sei. Die Evolutionstheorie ist eine wissenschaftliche Theorie, die von intelligenten Menschen entwickelt wurde und durch eine Menge Daten gestützt wird. Aber sie steht derzeit an Menge anderer Daten gegenüber, die nicht passen. Ich sage Folgendes, die biologische Evolution aus einem gemeinsamen Vorfahren ist nicht bewiesen. Sie ist keine Tatsache und deshalb müssen wir die Bibel nicht uminterpretieren, damit sie mit der Wissenschaft übereinstimmt. Aber die Lösung besteht auch nicht darin, die Wissenschaft komplett abzulehnen. Die beste Strategie ist, weiter zu forschen, sowohl in der Bibel als auch in der Wissenschaft, getuldigt zu sein, um Gott zu bitten, uns zu helfen, die Antworten zu finden. Ich schließe mit zwei Zitaten von Wayne Gruden aus dem Buch Theistic Evolution ab, die unser heutiges Gespräch sehr gut zusammenfassen. Da die theistische Evolution die Historizität der Ereignisse aus 1. Mose 1 bis 3 leugnet, oder untergräbt sie auch bedeutende christliche Lehren. In der Summe ist der Glaube an die theistische Evolution unvereinbart mit der Wahrhaftigkeit der Bibel und mit mehreren entscheidenden Lehren des christlichen Glaubens. Die wissenschaftliche Evidenz aus vielen neueren Forschungen legt nahe, dass kein Bibelwissenschaftler sich durch die wissenschaftlichen Nachweise gezwungen fühlen sollte, erste Mose in einer Weise zu interpretieren, die die Wahrheit der neodarwinistischen Makro-Evolutionstheorie oder anderer zeitgenössischer Versionen voraussetzt. Vielen Dank, dass ihr heute Abend teilgenommen habt. Das heutige Thema war etwas massiv, aber ich hoffe, ihr habt es nützlich gefunden. Nächste Woche befassen wir uns mit Intelligent Design.